Also ich wollte einen Flug buchen für meine drei Freundinnen und für mich nach Lissabon. Und wir haben im Internet verschiedene Seiten und verschiedene Angebote verglichen und haben uns dann für die Seite mit dem günstigsten Preis entschieden. Das hat alles soweit gut funktioniert bis zur Zahlung. Die Zahlung, da haben wir uns für die Sofortüberweisung entschieden, weil das eben spesenfrei war. Daraufhin wurde man umgeleitet auf eine Zahlungsseite, wo man sich direkt mit seinen Internetbanking-Daten einloggen konnte. Und ich habe das dann überwiesen. Und dann leitet es einen ja normalerweise zurück auf die Flugbuchungsseite. Und da hat es dann aber nicht mehr funktioniert. Also da hat es dann keine Seite mehr geladen. Ja, im Endeffekt war dann, das Geld war abgebucht von meinem Konto, aber es war kein Flug gebucht. Ich habe dann schon fast ein bisschen die Hoffnung aufgegeben gehabt, aber die AK hat dann eben nochmals agiert. Und tatsächlich, also zwei Wochen nachdem ich die AK kontaktiert hatte und fünf Wochen nach der falschen Buchung praktisch ist dann tatsächlich das Geld wieder auf meinem Konto eingelangt, bis auf den letzten Cent. Ja, daraufhin ist mir natürlich ein Stein vom Herzen gefallen, war heilfroh. Und ja, so hat die Sache jetzt für uns ein gutes Ende genommen. Aber ich werde in Zukunft sicher bei Online-Käufen und Buchungen generell besser aufpassen, mich besser davor informieren über die Seiten, eventuell nach Erfahrungsberichten googeln, dass mir sowas nicht nochmal passieren kann.